Hallo, herzlich willkommen, Andreas Triebacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema Kreatin. Ja, Kreatin, Kreatin. Alle kennen es, alle wollen es und die jungen Jungs, die 17, 18, 19, 20 Jahre, ja, die kommen bei mir in den Shop und dann wollen sie sofort Kreatin und überhaupt Kreatin ist das Beste. Mein Kollege hat Kreatin genommen, hat innerhalb von vier Wochen fünf Kilo zugenommen, der sieht so gut aus und hat so eine gute Masse aufgebaut. Wow. Dann muss ich gleich den Zahn ziehen, muss natürlich erstmal erklären, dass ich innerhalb von vier Wochen keine fünf Kilo Muskelmasse aufgebaut werden könnte, sondern dass es natürlich vorwiegend Wassermasse ist. Und zwar zum Teil natürlich nicht nur intramuskuläres Wasser durch die Einlagung Kreatin, sondern auch extrazelläres Wasser. Für den, der es nicht weiß, intramuskuläres Wasser ist Wasser in der Zelle, extrazelläres Wasser ist das Wasser außerhalb der Zelle, zwischen der Haut und der Muskulatur. Das ist das Wasser, was oftmals die Definition zunichte macht. So, also, die meisten schwören auf Kreatin, vor allem wenn sie sehr jung sind, weil sie natürlich keine Erfahrung haben, weil sie natürlich auch gern vom Marketing und von der Werbung von Herstellung ein bisschen an der Nase rumführen lassen. Einen Tipp, Kreatin wirkt, wenn man es richtig einnimmt und ich persönlich empfehle Kreatin nur an den Krafttrainingstagen, und zwar vor dem Training, schon wieder vor dem Training, eventuell noch zur Regeneration nach dem Training. Wie viel man nimmt, ist natürlich körpergewichtsabhängig. Ja. Drei, vier bis zu fünf Gramm. Nach dem Training zwei Gramm, zum Beispiel. Alles abhängig, wie schwer ich bin. Dann, Empfehlung natürlich bei mir, nur am Krafttrainingstag, nicht an den Trainingsfreien Tagen. Warum? Weil ich es natürlich schon bei vielen Personen, wie bei mir auch getestet habe, es kommt unterm Strich, wenn man es jeden Tag nimmt, nicht mehr Muskelmasse raus. Auch wenn es Studien gibt, die andere Sachen behaupten. Warum behaupten sie andere Sachen? Ganz einfach. Wer bezahlt die Studien? Die Studie bezahlt sich nicht von selbst, sondern in der Regel gibt es einen Initiator, der diese Studie bezahlt. In der Regel kommt dann auch das Ergebnis raus, was der Initiator sich vorstellt. Genau aus diesen Gründen, bitte darauf achten, Kreatin ist nicht ohne. Bei Kreatin habe ich bei mir, wie auch bei vielen Kunden festgestellt, bei Kreatineinnahme geht die Herzwohlfrequenz nach oben, die Herzbelastungsfrequenz nach oben, und zwar acht, zehn, zwölf Schläge. Natürlich, klar, das Herz muss mehr arbeiten. Wir haben eine passive Masse zugenommen, innerhalb von relativ kurzer Zeit, eine passive Wassermasse. Die muss natürlich mitbewegt werden und somit lege ich auch den Herzstress. Genau aus diesen Gründen sollte man eben mit Kreatin bedacht umgehen. Kreatin kann auch jemand jeden Tag nehmen. Und zwar ganz einfach. Es gibt Menschen, die ein bisschen schwerkörperlich arbeiten. Da habe ich noch Verständnis dafür, dass die es jeden Tag nehmen. Aus einem ganz anderen Grund, weil die es natürlich auch ein Stück weit verbrauchen. Aber Menschen, die im Büro sitzen, den ganzen Tag, außer dem Bleistift, fast keine Körle Belastung haben. Was wird da wohl passieren, wenn sie sechs, sieben Tage hintereinander und bei nur drei bis vier Trainingstagen fünf, sechs, sieben Gramm Kreatin nehmen? Das Fass läuft über. Und wenn das Fass übergelaufen ist, dann geht das Kreatin hin. Was machen wir mit dem Kreatin? Gute Frage. Nächste Frage. Das war es zum Thema Kreatin. Kost, Nutzen bzw. Nutzenfaktor. Und was kostet es mich? Also geht vernünftig mit Kreatin um und wird Erfolg haben. Und denkt daran, Kreatin alleine macht keinen Sinn. Sondern es müssen die restlichen Parameter, Ernährung, Schlaf und Training, Parameter, Trainingstechnik müssen stimmen und dann habt ihr Erfolg. Das war es in der ersten Woche zum Thema Kreatin.